Guten Tag und willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Wir beginnen diesmal direkt im Raid. Überspringen wir mal die Scaf-Runde. Ich habe gerade eine gespielt, aber war da noch nicht aufnahmebereit und dachte mir, komm, let's go. Und einige von euch haben geschrieben. Und ich versuche jetzt mehrere Varianten. Vielleicht klappt es ja jetzt gleich beim ersten Mal, aber ich mache jetzt erstmal... ...diese Variante hier. Möglichst schnell reinrennen. Oh nein, das ist jetzt woanders, ne? Jetzt habe ich ein Problem. Das war beim letzten Mal genau da. Jetzt muss ich nur schauen, wo das jetzt ist. Das scheint ja immer woanders zu spawnen. Heieiei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und... ... Das war's für heute. Links ist einer. Links ist einer. Ich habe doch Gratschritte auf Blech gehört, oder? Oder so ein Spring wenigstens. Das war's. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das ist er! Kodum, bl***, kodum, je***** Jetzt mal kurz überlegen, wie ich jetzt eigentlich rauskomme Sur River Das ist ein Sieg. Scheiße! Ich glaube, ich bin ein bisschen, ich muss noch mal ein Stückchen zurück. Im Idealfall schaffe ich es jetzt noch raus, denn natürlich ist die große Schwierigkeit irgendwie nicht da ranzukommen, also das war es für mich zwar bisher jetzt immer so, die Schwierigkeit ist dann zu überleben, denn irgendwann schafft man es halt da ranzukommen, aber man weiß halt nicht, was einen dann tatsächlich hier draußen erwartet. Ich höre Schritte links. Hier bin ich richtig. Ich würde auch gar nichts groß riskieren. Ja, der Spawnpunkt war dann natürlich jetzt ideal, das war ja direkt davor, keine Frage. Hätte ich länger gezögert, wäre es wahrscheinlich schiefgegangen, schon allein, weil der Typ dann reingesprungen ist, den ich ja einmal am Bein getroffen habe. Cool, hat geklappt. Erster Versuch, also nicht immer, sondern heute. Nicht schlecht, schön. Apply. Jetzt schauen wir mal, dass ich das abgebe und dann haben wir das abgehakt und dann hätte ich aber eigentlich ganz gern noch eine Quest auf Streets. Ich mag Streets sehr. Ja, das kann richtig gnadenlos sein, gerade mit den Snipern und so und auf die Entfernung und alles, aber, warte mal, wie heißt der Käse hier? Urban Medicine, ne? Hand over the container. Ja. Ja, mach ich doch, hier. Hahaha. Thank you. Ja, gerne. Gerne, you. Streets of Tarkov, viermal. Akzeptiere ich mal. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Was kriegen wir denn dafür? Vorerst Zeug zum Verkaufen. Mit diesen ganzen Stims befasse ich mich vielleicht im nächsten Vibe. Ähm. So, hier. Die Dinger. Habe ich in der Scaf-Runde gefunden. Fehlen noch drei. Reserve, Lighthouse, Woods, Shoreline, Streets of Tarkov. Ich weiß, wo die ist. Locate and scout the X-Ray Technician's Room. Vielleicht schaue ich da gleich mal nach. Aber machen wir das, weil hier waren wir ja schon mal. Relativ easy zu finden. Aber hier, X-Ray Technician, keine Ahnung. Gut. Ich erhole mich kurz und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde. Stellt sich raus, für dieses X-Ray Dingsbums brauche ich einen Schlüssel. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ist ja nicht so, als gäbe es nicht hier noch andere Sachen zu tun. Und zu looten. Denn jeder Loot tut gut. Muss ich mich hier erstmal ein bisschen umschauen. Das ist schon viel Platz für so eine Umkleide, oder? Also ich muss ehrlich zugeben, ich war bestimmt, bestimmt ungelogen. Drei Jahre nicht mehr in einem Klamottenladen. Aber das scheint mir schon recht groß zu sein. Kommt vielleicht auf den Laden an, aber... Okay, wir sind hier. Es ist früh am Morgen. Wir haben... Oh, ich kenne nicht einen doch Expo-Checkpoint. Den kenne ich. Okay. Muss ich mich trotzdem ein bisschen rum durchprobieren hier. Muss mal schauen. Ich schaue mich mal ganz in Ruhe hier um, denn die Ecke kenne ich noch nicht so gut mit diesem Geschäft. Apple Juice. Ich hätte gerne einen Burger und anderthalb Liter Apfelsaft. Kein Problem. Soll es ein Menü sein? Ja, warum nicht? Es ist verdammt still hier. Es macht mir immer ein bisschen Sorgen, wenn es so still ist. Jetzt habe ich es gehört. Was sind denn das für komische blaue Blitze, die hier... Was ist das denn? Ich höre hier doch was. Ich höre hier doch was. Ich höre hier doch was. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gib mal was So eine Monatskarte oder so So weit, alles ruhig So weit, alles ruhig Ich weiß nicht, ob es reicht, nur die Tierklinik zu finden quasi und dann rauszukommen, ob das dann zählt oder ob ich beides in einem Raid machen muss Ich kann es probieren Ich würde auch sagen, ich gehe hier hinten lang Und dann schauen wir mal Ich muss zwar auf die andere Seite vom Autohaus Aber so über diese Hauptstraße, das ist mir nichts Dafür höre ich hier viel zu wenig und sehe zu wenig Das ist alles sehr verdächtig Und da kommt dann der eine Headshot Ja, links ist irgendwas Aha Aha, da sind also doch noch welche Habe ich das richtig gehört? Da ist doch gerade jemand gelandet Also Gesprungen und dann gelandet Okay So, Flashdrives brauche ich glaube ich auch noch Ich brauche noch Zündkerzen Zwei oder drei Drei sind es, glaube ich Natürlich Ein, zwei Grafikkarten Das ist kein Flashdrive hier, ja? Das auch nicht, okay Echt sagen Also Flashdrives sind für mich seltener als Grafikkarten oder Autobatterien oder sowas Was haben wir? TG Arm Gib mal Nimm mal alles mit Das stört gerade nicht Was ist das für ein Ding? A key to terrorgroups office security armory Äh, okay Okay Okay, okay Okay I Ich Ponkehmer Das ist das Ich habe doch nicht Oh ich komme Ich bin Ich habe die Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Drei Ich bin Das war's für heute. Von der Seite geht das gar nicht. Das ist natürlich schlecht. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier ist wirklich erstaunlich wenig zu finden dafür, dass das so ein cooles Setting ist irgendwie. Das war's für heute. Das trifft sich eigentlich ganz gut mit der Tierklinik, denn der Expo-Checkpoint ist dann tatsächlich nur noch die Straße hoch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier sind doch normalerweise auch immer welche drin, oder nicht? Hier passt doch was nicht. Erstaunlich wenig los. Was ich eigentlich nicht so gut finde. Ist das Mayonnaise? Mayonnaise? Ach nee, ist es nicht. Okay. Thermite. Ah, das ist, äh, das ist, äh, eine sehr belebte Ecke, leider. Aber schauen wir mal, ob wir irgendwie halbwegs durchkommen. Ich muss ja eigentlich auch auf die andere Seite... Ich muss ja eigentlich auch auf die andere Seite... Ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, das war der aber nicht, der gesprochen hat. Rechts kommt er. Könnte auch im Laden sein. Das klang jetzt fast ein bisschen so. Ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, das war's für heute. Ich Shit. Oh, gut, das war's für heute. Der toxic ist. Bet, grass, was euch. Der� 來lauben wir zombieren. Umisième はい. Und wo hier hinten hat einer geschossen? Ich komme hier nicht mit Spieler-Scaref jetzt. Ist schon soweit? Nee, oder? Kann doch nicht sein. Wohl aufs Sheet, halbe Stunde. Könnte durchaus passen. Aber so ansonsten so an so einer Tür so stehen bleiben und so zur Seite wirkt jetzt nicht so nach KI-Scaref, ehrlich gesagt. Lauf zu schießen jetzt. Okay, er sieht mich, aber ich sehe ihn nicht. Das heißt ja, dass er hier irgendwo sein muss. Sehr merkwürdig. So, am Ende der Straße ist... Okay, okay. So, am Ende der Straße ist... Boah, komm jetzt. Ich will doch nur zum Tierarzt. Noch einer? Au. Au. Na, schön. Müsste im Gebäude sein. Also, wir schauen uns auf. Der ist ein Gebäude. das hätten wir und jetzt geht es die straße zurück zur expo ich bin der meinung dieses gläserne gebäude ist das wo genau der exit ist könnte sein dass das direkt auf der straße ist weil er auch so ein bisschen checkpoint mäßig das aussieht und dann schauen wir mal ob das genügt hier oben ein teil dieser quest zu erledigen denn den schlüssel habe ich nicht den müsste ich erst kaufen und überleben muss ich auch noch das war nix das war es dann aber auch mit munition komm komm genau da vorne müsste das sein das hier ist das expo gebäude glaube ich dann haben wir wenigstens ein teil abgeschlossen damit soll ich mich zufrieden geben ja sehr schön wundervoll liebe leute jetzt schauen wir noch kurz ob das genügt für diese quest eins von beidem zu finden gibt ja mal so mal so quest habe ich so ein bisschen den eindruck das war kein spieler manchmal reicht das manchmal nicht gucken wir mal den gefunden habe ich sehr ich bin rausgekommen ich konnte ihr berichten wo es ist so sehe ich das aber auch ein bisschen merkwürdig dass das so zwei so unterschiedliche quests in einer so sind also sowohl dass ich ein schlüssel für das eine brauche und das nicht da ist wenn ich ein bisschen merkwürdig aber tatsächlich nicht ich muss beide beide mit einem mal machen okay x ray x ray x ray das wollte ich dafür haben 50.000 habe ich noch nie gehabt 54.000 da haben wir ihn können wir gleich mal schauen was der wert ist Okay, dann finde ich noch heraus, wo genau das ist. Und dann schauen wir mal, was ich hierfür kriege. 54.000, ja gut. Okay, Leute, das soll es gewesen sein mit Tarkov. Bis zum nächsten Mal. Ciao.